Moin Freunde, ich schlage zunehmend bei der Werbung auf und erkenne da zwei Artikel, die wir schon mal hatten auf unserem YouTube-Kanal. Einmal Platinum 20 Seconds und Platinum Amazing Film. Meine Oma sagt immer, lieber vorher informieren, bevor man irgendwas sich doppelt kauft oder verkehrt kauft. Also, diese beiden Produkte hatten wir schon mal in unserem Produkttest. Schaut dafür einfach mal rein in meine Videothek unter der Rubrik Produkttest und schaut mal, was dieses Produkt bzw. dieses Produkt genau können. Ob sich der Kauf da wirklich für euch lohnt, bevor ihr da quasi, naja, nicht toll Geld investiert, aber quasi umsonst trotzdem Geld rein investiert. Also, Platinum ist in Werbung, endlich mal wieder aus dem Haus im Mediashop. Ja, ob es was taucht, checkt es einfach mal ab auf meinem Kanal und ja, viel Spaß bei uns ansonsten beim selber ausprobieren, ob ihr Kratzer entfernen kriegt oder euer Auto ohne Wasser komplett glänzend und sauber kriegt, ohne irgendwas zu zerstören an Lack oder wie auch immer. Also, schaut rein auf meinen Kanal YouTube und Playliste Produkttests. Ansonsten, viel Spaß. Tschüss. Das ist schön aufhören, ne? Das ist schön aufhören, ne?